Ja, heute ist Samstag, Pre-Opening um 18 Uhr hier in der Türkenstraße. Wir freuen uns, dass der alte Simpel eine neue Wirtin oder einen neuen Wirt hat. Das wird uns aber gleich in Kürze dann die Chefin erklären, was hier so abgeht und was heute alles noch passiert. Ja, und jetzt haben wir eine der zwei Besitzerinnen hier am Tisch und Sie erzählen uns ein bisschen was hier über das neue Lokal. Ja, also das neue alte Lokal, der alte Simpel. Wir haben den jetzt neu übernommen und als zwei Frauen wieder aufgemacht und hoffen, dass wir so ein bisschen vom alten Glanz wieder in den Simpel reinbringen und haben ein bisschen das Konzept verändert. Wir haben jetzt eine Wand frei für Kunstinstallationen. Wir haben ein Klavier, auf dem man spielen kann. Wir haben regelmäßige Veranstaltungen, wie zum Beispiel montags Bingo und Pub Quiz und Mittwoch Spieleabend, Schafkopfabend. Und jetzt fangen wir heute erst mal an mit einer Live-Band. Okay, aber es heißt, Kartenspielen ist erlaubt? Kartenspielen ist jeden Tag erlaubt. Wir haben zwei feste Kartenspieltische und Mittwochabend im ganzen Restaurant. Und gibt es bei euch auch so etwas wie ein Mittagsmenü und günstiges? Ja, Mittagsmenü gibt es jeden Tag. Wir machen ab 11.30 Uhr auf und es gibt immer ein besonderes Mittagsmenü, was dann nochmal speziell günstiger ist. Und insgesamt ist unser Konzept für die Speisekarte, weil wir mitten im Studentenviertel sind, dass es auch Preise gibt, die man noch bezahlen kann, sozusagen. Es gibt natürlich auch ein paar Gerichte, die immer ein bisschen teurer sein werden. Obwohl wir so den Eindruck haben, hier sind sehr viele Edelstudentinnen. Ich bin hier öfters unterricht. Die müssen ganz schön viel Kohle haben, aber wahrscheinlich von den Eltern. Wer weiß. Aber es soll bei uns, egal ob Student oder wer auch immer, soll für jedermann eigentlich was dabei sein. Das ist das eine Mischung aus Fleisch und vegetarischen, veganen Gerichten und es gibt auch immer günstigere Speisen auf der Karte. Ja, super. Dann mal vielen Dank. Jetzt schauen wir uns die Gesichter an und da spielt eine Band, die nehmen wir auch noch auf. Genau. Und dann wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Also die Leute, die hier den Simple seit zig Jahren kennen, die freuen sich natürlich. Seit wann hat der Simple in München auf? Seit 1903. Moment. Ne, jetzt sag ich mir, seit um die Jahrhundertwende. Es kann nämlich sein, dass wir vor... 1903, doch, ich hab's richtig gesagt. Ja gut, aber da haben wir noch nicht gelebt oder fast noch nicht. Ne. Aber wir haben 1972 schon mal berichtet drüber, hier als TV München gegründet wurde. Ja, Wahnsinn. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir haben noch eine Bedienung, die hat 1972 hier auch gearbeitet, der Siggi, der gerade das Essen gebracht hat. Ach lustig. Den werden wir uns dann nochmal anschauen. Den können wir uns verschnappen. Dann vielen Dank und jetzt probieren wir selber mal was zum Essen, was ich gesehen habe. Es gibt auch ein bisschen was veganes, aber nicht hauptsächlich vegan, oder? Es gibt durchgemischt alles. Okay, gut. Dann freuen wir uns dann. Man sieht sich wieder. Danke. Ciao. Ciao. Ja, und hier gibt's noch ein paar kostenlose Drinks, das hab ich gehört. Bloß, wenn's aus sind, dann sind's aus. Und der meinte, ich hab bloß 100 Plassen da gewesen. Wir haben uns einen geholt, schmeckt gut. Und der erzählt mir bitte was. Kannst du Barkeeper oder was? Kannst du? Ja, ich war mal Barkeeper tatsächlich 16 Jahre lang und jetzt arbeite ich bei der Duke, der Sellerie im Außendienst für die Gastronomie. Und wir promoten heute unseren neuen La Duquesa, Aperitivo di Bavarese. Aus dem Hause der Duke nun natürliche Inhaltsstoffe mit drinnen. Würde man sagen, das Pendant zum Aperol, wenn man das so sagen darf. Oh, oh, oh. Genau. Und den haben wir seit einer Woche draußen, unterstützen jetzt grad in Simpel ein bisschen. Und pushen natürlich dann unseren Aperitiv hier auch bei den Leuten, dass sie mal wissen, es gibt was Neues auf dem Markt. Man kann auch zuschlagen. Aber sie verheimlichen jetzt mal den Zuschauern, sie haben vorhin unten schon eine komische Flasche rausgezogen. Eine komische Flasche? Ja, schauen wir mal. Eine komische Flasche vor allem. Oh, oh. Oh, da gibt's den Sinn. Das ist unser Punktstück. Damit sind wir groß geworden, damit kennen uns die Leute. Aber heute geht's wirklich rein um den Aperitiv. Und ihr habt gesagt, ihr seid noch keine Aktiengesellschaft. Noch keine Aktiengesellschaft. Ich würde immer rentieren, wenn ihr einsteigt. Ich tue mein Bestes, dass es irgendwann soweit ist. Aber aktuell noch nicht. Dann weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Merci. So, eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir hier noch ein paar bayerisch Sprechende und ein paar nette Damen. Grüß euch, wir sind im alten Simpel. Schön ist es da. Ganz schön. Und ihr sprecht bayerisch, das heißt, ihr seid Einheimische. Wir sind vor München. Alle miteinander sind wir vor München. Ja, da freut man sich wirklich, dass noch ein paar bayerisch Sprechende da sind. Oder ist es auch schon verboten, das zu sagen? Wir sind aus München. Wir sind aus Minger und wir kommen aus Gern. Und in Gern ist der Simplicissimus gebaut worden, gemacht worden. Und das war hier das Treffen der Organisatoren von Simplicissimus. Und da ist der alte Simpel entstanden. Und darum hat er eine lange Historie. Ja, sehr gut. Jetzt wissen unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr. Bitte? Jetzt wissen unsere Zuschauer wieder etwas mehr. Und nachher nehmen wir die Bänden auf. Die fangen bald zu spielen an. Dann vielen Dank für das Interview. Danke. 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 Weike. Musik 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 Es ist ein großer Schiff. Applaus 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 Das war's. Das war's.